hallo und willkommen auf diesem kanal du fragst dich immer wie kann man wie wann wo eine freunde machen pfingsten wäre doch der optimale zeitpunkt schicke doch ein video an freunde bekannte verwandte paar zeilen dazu ja und ich garantiere dir die freude die freude wird groß sein du fragst dich nun wo finde ich solche videos ganz einfach durch unseren kanal dort gibt es nicht nur videos zu pfingsten ansonsten wünsche ich euch schöne pfingsten